Servus Leute und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Homefrontal Revolution. Open Your Eyes ist ein guter Song von der Guano Apes, würde ich mal sagen. Weiter geht es jetzt eigentlich damit, dass ich noch die restliche rote Zone übernehmen will, die hier noch so übrig geblieben ist. Und gut, dass die Luftschiffe weiter weg sind. Ich habe nämlich nicht geguckt, wo die sind und bin einfach mal losgerannt. Hätte doof werden können. Ich habe hier noch den Container hier gefunden, unterwegs. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube nicht, dass das ein Motorradlager ist. Okay. Mit bunt bemalten Kisten. Gesundheit? Hä? Nix? Ja, wie? Was ist denn das für ein komisches Geheimlager, in dem nix ist? Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Wo zielst du hin? Hier rennen doch überall bloß noch hier Rebellen rum und so. Äh. Echt jetzt? Echt jetzt? Kommt nicht durch ein Loch durch den Zaun, ey. Äh. Loch im Zaun. Schafft jedes Kind. Aber Brady... Der muss das nicht machen. Der läuft nur aufrecht. Was? Ich glaube, ich habe ein bisschen überstrapaziert. Der keucht schon so. Und er hat wieder mal seine komische Gasmaske nicht aufgesetzt. Was ich sehr seltsam finde, irgendwie. Aha. Warte mal. Erstmal gucken. Wo ist denn hier noch? Hm. Hier kriege ich einen angezeigt. Erreiche den Tankstellenschutzpunkt Mission verfolgen, Missionsprotokoll. Was? Aggressive Ausdehnung. Äh. Gut, dass das, äh, ja. Gerade meine waren. Ich stehe hier so offen auf dem Feld rum. Okay, das sind auch noch Rebellen. Was geht denn ab hier? Auf einmal alles voll mit Rebellen. Da ist ein Dröhnchen. Und da kommt ein... Luftschiff. Dit wird kacke. Äh, das ist noch ein ATV. Bäh. Genau. Kletter ihn noch entgegen. Misht, misht, misht. Alter. Mach schneller. Arschloch Luftschiff. Alter. Verpiss dich, du blödes Luftschiff. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Hä? Was war das für eine Explosion? Hm. Ah, ey, sag mal, kann das mal aufhören, mich zu verfolgen jetzt hier? Alter. Verpiss dich. Hör dir, komm doch mal weg! Oh Gott. Oh Gott. uih. Wie oft muss man dieses Scheiß-Teil treffen? Toll. Danke. Na komm, verreck Ey, mann, dieses verfickte Luftschiff und wie kriegst du das kaputt? Wozu hab ich die scheiß Panzerfaust überhaupt? Wo steht er auf? Ah, sehr gut Das ist der Stützpunkt, ja, und bock mich net Äh, warte mal Okay, erstmal zum Waffenschrank, damit ich wieder Panzerfaust hab, wozu ich die auch immer brauch Die ist so ein, die ist so ein, die ist so ein, die, die, ich laber ein Scheiße Die ist ja wohl nur nützlich gegen ATVs Schön, dass du dabei bist, Brady Bleib stark, Junge Geh weg Jetzt muss ich gucken, in welche Richtung Ich kann nicht auf die Karte gucken, wenn ich auf dem Motorrad sitze Was ist denn das für ein Blödsinn? Mal gucken, ob ich zu dem Sendeempfänger komm Hallo? Hallo Drohne Und schon wieder Scheiße gebaut Ja, noch mehr Da geht irgendwelches Flackeballer ab Verpiss dich von dem Scheiß Dreckding da, ey Ich will nicht da hin, ich will, wo ist der blöde Sendeempfänger? Ah, ja, da im Haus Da oben sind auch noch welche Scheiße, da kommt ein Luftschiff, ihr müsst verschwinden Das Luftschiff ist mir wurscht Sind die Typen hier drinnen nicht wurscht? Verzieh dich Äh Nimm das Gewehr, du Depp, und schieß auf den Nimm das blöde Heckgerät in die Hand Zum Glück habe ich ja noch ein paar von den Dingern mitgenommen Hä? Wo sind die? Ah So, jetzt müsste hier irgendwo noch einer sein Hä? Ah Hm Okay Gar nicht gewusst, dass es in der roten Zone auch Herzen und Gedanken gibt Was? Der steht da hinter der Tür Mal gucken, ob das geht Geil Hm Ich glaube, das sollte so nicht funktionieren Ähm, das klappt nicht Scheiße Muss ich hier wieder irgendwelche Code-Zeug finden, oder was? Uh Achso Warte Achso Das war noch mehr so Zeug Hm Wie komme ich jetzt da nuff? Das ist ja kacke Ähm Nö Geht nicht Kann ich irgendwie von außen da rein? Verziehe dich, du blödes Luftschiff Bäh Kam da aus der Kanalisation gekrochen Äh Scheiß Poller, verpist dich Uh Und erlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Art durch Friedenswächler zu entgeben, werden erschossen Herr euch hier Leute, wir haben von einem Unruheherd erfahren Die Norgs haben ein Lager entdeckt und ein paar Typen sitzen jetzt darin fest An alle, die vor Ort sind Jetzt könnt ihr zu Helden werden Ich bin ja völlig vor Ort Hm Hä Hat das jetzt nicht gezählt, weil ich Echt nur Hm Ist das kein Motorradlager, oder was? Okay Geht's jetzt vielleicht? Na, also Hä? Das ist ja mal eine richtig dumme Mission irgendwie Hey, da ist doch ein Fahrrad Kann ich das auch nehmen? Und schnell wieder rein Ich will das Ding jetzt hier einnehmen Kann ich da einfach so ein Heck dagegen schmeißen? Hm Okay Geht's halt nicht Äh, 15 Dollar Wie kommt man da rein? Hätte das da rauskucken müssen? Hm Kann ich's sprengen? Äh Hä? Hä? Was war'n das jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht Ruft der da normalerweise bei irgendeinem Typen an Dass der Eben die Tür aufmacht, oder was? Und den Typ kenne ich noch nicht So wie es aussieht Ich wollte mich doch verarschen Kann ich mir hier zurück in die Hand nehmen So eine Palette zum Beispiel Und mir da eine eigene Treppe hochbauen Das ist doch ein Witz Alter Also Ein richtiger Soldat Der müsste eigentlich wissen, was da so möglich ist Von wegen Ah ja Schnell da rein Ich höre nämlich schon das blöde Luftschiff wieder Und mir ist heiser die ganze Zeit Ich weiß nicht, wieso Was sind das für komische neue Soldaten? Ich meine, man hat ja gehört Das war jetzt eine Frau Hier, ne? Aber Das scheinen irgendwelche Ninja-Assassin-mäßige Soldatinnen zu sein Mir egal, was du laberst Ich gehe jetzt erstmal hin Und hecke hier Und dann kommen nämlich Ein Haufen Leute Die dich hauen Ha Meine Basis Dann ist ja gut Ich lade jetzt erstmal nach Okay Uh Also so schlecht kann es ja um die Vorräte nicht bestellt sein Mit deinen Aufständen da Wenn hier jedes Mal Eine Tonne Zeug auftaucht Ja Das sind ja so Explosionsfässer Was die am Start haben Da ist schon mal Dorad Wo ist der Waffenschrank? Der hat sich die blaue Farbe gleich mal ins Gesicht und überall hingeschmiert Dass man ihn auch leicht erkennt Ah Mal wieder dran vorbeigerannt Aha Vier Wertsachen 60 Dollar Warte mal Wie viel Kohle habe ich überhaupt? 458 Naja Das liegt ja auch daran Dass diese Verkackten Motorradlager Nicht wirklich funktionieren Und die blöden Luftschiffe sind immer noch da Kannst du draufballern wie du willst Na toll Alter Da ist so eine Treppenstufe und der kommt nicht hoch Verzieh dich du blödes Drecksteil Vor allem wieso werde nur ich erkannt Da sitzt ein Sniper rum Bock das Luftschiff nicht Das Luftschiff ist kaputt Das steht nur in der Luft rum Was? Da ist noch irgendwo An Hehehe Warte schon wieder ein Sniper Hab schneller gesnipert Mit nem fetten Maschinengewehr Dass ich dauernd nachlade Was? Ah da ist noch einer Komm steh nochmal auf Ah das sind die Sniper Die Weiber Hm Wenn ich das Ziel erreicht hab Diese 20 Scharfschützen abzuknallen Kommen dann keine mehr Oder wie sieht das aus? Ich gucke nochmal auf die Map Es fehlt eigentlich nur noch das hier Wachpost nicht verfügbar Hä wie so'n das Und dann Wenn ich das hier eingenommen hab Müsste eigentlich das ganze Ding hier frei sein Sabotiere den Stützpunkt Um ihn für Heather zu sichern Ausgangsstützpunkt Von der KVA oder was? Darum sind da wahrscheinlich auch Hunderte Hä das ist echt so Das ist nur das eine Luftschiff Das hier rumkreiselt Na guck die mal schön In die andere Richtung Haha Das Teil versucht mich zu scannen Kommt aber nicht hinterher Das war knapp Gewand Wird ich ein Pfarrer oder was? Zigarettenpackung Lass mich nochmal gucken Ja Immer schön geradeaus weiter Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Guck du mal was mit deinem Kunkbill passiert Ich kunkbill Von mir aus rennt ihr halt an der Straße lang Ist mir egal Hey ein Motorradlager Haha Beide gekillt Au Ich weiß nicht wo der Sniper war Ich habe gewusst er ist da Aber ich habe gedacht Ich schieße erstmal die zwei Typen da platt Und hole mir dann das äh Luftschiffding Hä wo bin ich denn du? Ah Hä cool Was war das was da oben gerade angezeigt wurde? Da war irgendwas mit dem Schlüssel und so Voll komisch Aha Das ist hier Für den ich auch 100 Jahre gebraucht habe Weil diese Kackwartner Nicht gleich ersichtlich waren So Dann gehe ich halt von hier aus da hin Das ist mir in Ruhe Hä Das Motorrad ist weiter oben Ich würde mal sagen Da ist es Achso Ich muss erstmal wieder aufmachen So Kamera raus Eins fehlt mir noch Ah Ähm Ah ja Komm ich da So hoch Jawohl ja Hm Wieso ist das nicht verfügbar? Ich verstehe es nämlich nicht Das ist ja sehr komisch Drecksscheibe da So Freie Sicht Viel besser Okay Wo ist jetzt der blöde Scharfschützer? Aha Ich sehe dich Und da war es mal Der Scharfschützer Das wäre Noch lustiger wäre es Wenn er jetzt im Baum hängt Aber das Ist auch cool Wo ist die Drohne? Alter Wie der Baum wackelt Hey Der hat gar keinen lustigen Tank Auf dem Rücken So Geht mal hin Damit ich euch auch noch Weg machen kann Hm Verdammt noch mal Luftschiff gesichtet Aber mich hat das doch gar nicht gesehen, jetzt. Sag mal, kann der Typ da mal... Hm. Wenn ich jetzt hier einfach bleibe, was passiert dann? Geht das irgendwann weg? Na, endlich haut der Typ ab. Hä? Ach, da ist er. Oh, Mann. Oh, Mann. Hä, hä, hä. Was ist denn das? Ähm, das ist irgendwie so ein Griff vom Gewehr. Aber was macht der hier? Wieso schwebt der da? Okay. Ich glaub, das Luftschiff ist weg. Über Kieme und Korn muss man Ziele hin. Hä? Was war das für komisches Geblitze hier jetzt gerade? Blue Man Terrier. Das ist der Hund von der Blue Man Group. Warte. Ne, ist einfach nur so abgeschlossen. Ich hab gedacht, vielleicht kann man das irgendwie aktivieren, wenn man das abschnippelt oder so. Aber es hat ja letztes Mal auch nicht so gut geklappt damit. Dann würde ich nämlich sagen, wenn ich das hier nicht einnehmen kann, weil ich wahrscheinlich das hier noch nicht gemacht hab, kommt jetzt in der nächsten Folge dann hier der Ausgangsstützpunkt dran. Was bestimmt lustig wird, wenn da die ganze Zeit so ein scheiß Luftschiff drüber rumgulgt und Alarm schlägt. Und weil hier sowieso nicht ein wenig Leute sind in diesem Ding, wird das eine heftige Folge. Eine, ich sterb mal alle 10 Sekunden Folge oder so. Aber zum Glück hab ich ja das hier eingenommen, dann bin ich schnell wieder da. So, hopp, hopp, hopp. Rüberlaufen, sterben, rüberlaufen, sterben, rüberlaufen, sterben. Und hoffentlich immer so, zwei killen, sterben, zwei killen, sterben, zwei killen, sterben. Gucken wir mal, was passiert. Auf jeden Fall wird's lustig und ich reg mich bestimmt wieder auf, weil ich irgendwas nicht raffe oder so. Gut. Dann würde ich mal sagen, mit einer wunderbaren Aussicht auf ein Luftschiff, das da so blöd rumgulgt und eine zerstörte Stadt würde ich sagen. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020